Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von T-Warn und mir zusammen heute. Für den vollen Genuss könnt ihr ja einfach beide Fenster nebeneinander starten und dann könnt ihr sehen, was wir beide machen. Ja, hallo zusammen, auch bei mir, grüßt euch. Daran ist die Sally sich nämlich jetzt noch gewöhnen, dass jeder ja seinen eigenen Kanal jetzt hat. Äh, nö, ich hab's doch gesagt, egal. Ähm, das Spiel heißt, äh, Scrap Mechanic Survival und, ähm, ja, wir haben es noch nie gespielt, ich hab das einfach nur gesehen und mir hat es übelst gefallen. Und ich hab gesagt, oh, lass uns das bitte, bitte machen und, äh, also alle Pläne wieder verworfen und wir machen jetzt das zusammen. Nö, aber es heißt, alle Pläne verworfen, was hatten wir sonst als Plan? So, du musst hier drin aufpassen, es brennt. Ja. Weiß nicht, ob du auch drin bist. Ich, nee, ich weiß nicht, was wir da drin sollen. Äh, hier liegen so ein Eimer rum, irgendwo, warte, glaub ich, warte. Also man kann hier auf jeden Fall auch, äh, Shekshi Kalender. Ah, ja, cool. Guck mal, eh benutzen. Was kann ich mit eh benutzen? Na, da kannst du, glaub ich, Sachen einlagern und so, ich weiß nicht. Eh, das ist ne Kaffee. Was ist das hier, ne Tasse? So. Äh, können, können wir irgendwie das Feuer löschen? Ich glaub, das ist erstmal unsere Priorität, ne? Wir können das Feuer löschen, aber ich, ich, ich weiß nicht. Also, äh, jetzt pass auf. Ich hab das ja schon gesehen. Ja, da vorne, gucke mal, da sind hier so diese grünen Dinger. Ja. Die müssen wir mal mitnehmen. Okay. Äh, einfach mal alles mitnehmen, was hier ist. Wir können ja dann zusammenlegen. Weißt du, was ich mein? Ja, 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 ja. Wir können dann einfach, äh, ja. Okay. Äh, äh, also wir haben keine Ahnung. Ja, wir haben absolut keinen Plan für den Spiel, besonders ich nicht. Äh, ich hab das weder irgendwo mir schon mal angeguckt oder sonst irgendwas. Ich schon, ha, 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 ha. Ja, siehst du, da hat's ja nämlich schon wieder den Vorteil für sich. Okay, hier findet man einen Haufen gute Sachen drin. Ja, wow. Ja, ja, genau, genau, genau. Und dann musst du mal gucken, ob da ein Eimer dabei ist, weil, äh, äh, also ich kann's ja sagen, mein Gott, äh, bei Pete Smith, wo ich reingeguckt habe. Ja. Ähm. Da hab, genau, da hab ich nämlich gesehen, die haben nämlich Eimer bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die die hier so rausbekommen haben. Oder ob die die, äh, woanders rausbekommen haben. Nein. Es gibt ja auch Gegner übrigens, ne? Es ist halt Survival, ja. Okay, ich geh erstmal hier hoch, da bin ich bestimmt sicher. Nein. Hier ist ein Eimer, hier ist ein Eimer, Schatz. Oh, ich kann den nicht aufheben. Hä? Nee, ich kann den nicht aufheben. Hä? Wenn ich jetzt hier hoch weitergehen möchte. Ach doch, das geht, das geht. Okay, ich komm hier weiter hoch. Was ist denn das hier? Äh? Ich meine, ah, von der Grafik muss man sagen, äh, es ist jetzt keine, äh, Real-End-Grafik. Aber diese, äh, diese Grafik von Spielen gefällt mir halt immer sehr gut. Komik-Grafik nennt sich das. Oh Gott. Ich hab den ersten Gegnerblatt gemacht, juhu. Ja, ich bin stolz auf dich, toll. Ganz alleine. Oh, du bist ja ja schon ein großer Junge. Entschuldigung. Ich klopfe dir einen auf den Gurkenwanst, du. Auf den Gurkenwanst. Kann man ja auch in der Level steigen? Oh, ich hab die Tomate gefunden. Oh, cool. Äh. Das ist, glaub ich, ein Container, da kann man Sachen ändern. Ich glaub, man kann hier auch wohnen. Echt? Ja. Okay, was haben wir hier? Eine Batterie. Die brauchen wir. Pick-up oder refine. Was ist das denn? Hä, aber wie, kannst du die Sachen aufheben? Hä? Ich kann hier hinten diese, diese komischen Arme aufheben. Entweder pick-up oder refine. Refine, refine, refine. Äh, da zerlegst du das zu, ähm. Okay, okay, okay. Machen wir das mal. Aber hier liegt die Batterie. Die müsstest du eigentlich aufheben können. Wieso können wir die nicht aufheben? Ja, warte, muss ich mal gleich mal gucken. Lass mich erst mal diese zwei Dinger refinen, also damit ich zehn Metall eigentlich rausgekriegt aus einem. Das heißt, müsste ich jetzt eigentlich gleich 20 haben. Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwie falsch ist. Okay, äh. Äh, ich hab's schon mal rausgefunden, es gibt Fallschaden, übrigens. Okay, äh, die Batterie können wir nicht aufheben, mein Schatz, weißt du auch wieso? Weil da Feuer ist, wir müssen das Feuer löschen. Okay, ich glaub, ich bin einfach wieder, einfach, einfach, wow, ich bin einfach wiederbelebt worden. Du bist gestorben? Naja, ist ja nichts anderes bei dir, ne? Aber ich hab rausgefunden, dass es Fallschaden gibt, okay? Müsst du jedes Mal, wenn du stirbst, dir ein Coffee-Dance kommt. Coffee-Dance. 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 Coffee-Dance heißt nämlich Grab. Ah, wieder was dazugeladen. Komplett selten vor. Okay, hier oben ist jetzt nichts weiter, mein Schatz. Gut. Ich weiß nicht, die hat einen Eimer. Ja, da muss man gucken, wir können ja auch, glaube ich, craften, ne? Ist das richtig? Ach, guck mal, hier geht's ja noch weiter. Vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir, vielleicht, vielleicht haben wir irgendwas übersehen, vielleicht müssen wir irgendwas anklicken, irgendwas rausfinden, vielleicht gibt's eine Story, vielleicht sollte ich auch hören zu reden. Äh, ich hab irgendwie Kanisteröl aufgehoben. Genau, genau, das brauchen wir auch, für unser Auto. Ah, guck mal, hier oben liegt noch so ein Arm, den mach ich auch refined, ne? Genau. Genau, dann haben wir dann schon, ich weiß gar nicht, hab ich einen Maschinen. Kannst du da ganz oben, kannst du die Batterie aufheben? Schatzi, das Feuer muss hier löscht werden. Ja, deswegen brauchen wir den Eimer, aber dann könntest du nicht aufheben und ich kann ihn auch nicht aufheben. So, was haben wir hier auch essen und trinken? Das braucht man ja, genau. Was ist das hier? Block nicht gefunden, was? Okay, ich hab irgendwas aufgehoben und keine Ahnung, was das war. Aber egal, wir nehmen alles mit, wo wir finden. Also ich geh weiter hoch, ne? Äh, die Wands Channel ist übrigens, wenn ich hier, da, also da oben auf i drückt, einmal verlinkt und einmal unten in den Kommentaren, äh, der Kommentar war und einmal unten in den, ähm, hau mich tot? Okay, ja, was hau mich nicht? Das mache ich nicht. So, warte mal, ich glaube, ich steck fest. Gib mal lieber die Mürchen, gib mal lieber die Mürchen. Also ich weiß nicht, was ich hier alles aufhebe, ich nehme einfach alles mit. Es sind sogar zwei Kisten, uiuiuiuiuiuiui. So, was kriegen wir hier noch raus? Weitabon. So, ähm. Jetzt wird's dunkel, wieso wird das schon wieder dunkel? Ist ja Wahnsinn. Weil es ein Spiel mit Tag und Nacht ist. Ah, ah. Scheiße. Äh, äh, kommst du mal zurück zum Raumschuf? Ähm, ja, muss nur den Weg im Dunkeln nach unten finden, weil ich bin jetzt, glaube ich, ganz oben gewesen. Und, oder? Kann ich noch höher? Glaub nicht. Okay, warte mal. Verdammt. Hast du eigentlich Loot verloren, wo du gesturmt bist? Das ist jetzt die Frage. Ich kann auch den Reifen nicht aufheben, das ist total komisch. Wieso kann ich die Sachen nicht aufheben? Schatz, ich bin da Feuer drumherum ist. Wir müssen das Feuer löschen. Mensch, das ging doch nochmal. Ja, aber du konntest auch den Eimer nicht aufheben, wo kein Feuer drumherum war. Ja, vielleicht kommt das noch. Wir müssen ja erst mal gucken hier. So, ich laufe jetzt erst mal runter. Ich gucke mal, ob ich irgendwie was an den Eimer machen kann. Weil der Eimer steht ja direkt hier. Genau, und die brauchen wir. Die hatten auch alle Eimer. Weil hier ist gleich in der Nähe so ein kleiner Fluss. Alter Rechtsblick, hier drückt den Christen. Ich habe ihn aufgehoben. Ah, okay, ich habe hier auch nochmal einen Eimer. Okay, so, und jetzt? Ich komme zum Raumschiff zurück. Ja. Ui, ui. Also, ich habe keinen Plan, darauf, was ich mich einlasse bei dem Spiel. Geh hoch, warte, warte, da, wo du warst. Da oben ist eine Batterie, die musst du auch holen. Ja, kann ich die denn aufheben, wenn da Feuer drumherum ist? Da ist kein Feuer drumherum. Das, mit rechts klick, dann aufheben. Okay, ich probiere es mal. Ich gehe wieder zurück. Holst du sie? Ich lösche schon mal, ja? Okay, also, Tivan ist beauftragt, die Batterie zu holen, während ich schon mal hier alles lösche. Bitte in die Eimer. Was? Ich weiß gar nicht, Respawn die Monster dann wieder? Weiß ich nicht, keine Ahnung, keine Ahnung. Keinen Blastgeschmack. Das ist ja nicht schlimm. Dann lasse ich meinen Hammer ein bisschen schwingen. Aha. Ich glaube, der bei dir auch meistens auch. Ja. Und dann wird derjenige ohnmächtig. Vor Schaden. Vor Schaden. Okay, gut. Ich habe sie. Ich habe die Batterie. Ja, konnte ich aufheben. Okay, nice. Das muss man erst mal wissen, ne? Ja. Okay, jetzt komme ich zurück, ne? Ach, das ist mit dem Rechtsklick, das wusste ich auch nicht. Ja, ja, ja. Also, Rechtsklick, Leute. Rechtsklick. Rechtsklick. Ja, herrlich. Sehr schön. So. Nochmal auf meine Frage von vorhin, du bist ja gestorben, hast du Loot verloren. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mal, was ich hatte, also woher soll ich wissen, ob ich Loot verloren habe? Okay. Na gut. Ja, ihr dürft auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Schaut sie? Andere Seite, ins Raumschiff rein und die Batterie auf den Platz setzen. Ich habe das Feuer jetzt da weggemacht. Das Feuer, wie hat das Feuer gelöst? Das Feuer. Ja, äh, da hin. Okay, warte mal. I killed the fire. Ja. Die Batterie ist drin. Ja, schön. Was habe ich hier? Ja, ich habe noch irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist, hier kannst du bauen. Hier kannst du Sachen bauen. Das ist die Crafting Table. Dann kannst du sagen, hier ist nochmal so ein kleines Lagerding. Da kannst du die ganzen, äh, äh. Ja, ja. Oh, da kannst du das Licht einstellen. Kleines Lagerding, hat sie gesagt. Ähm, ach hier. Äh, ja. Jedenfalls ist die Sache, dass das... Light, okay. Keine Ahnung. Hast du die Batterie reingesetzt? Ja. Ach, deswegen haben wir ja jetzt Licht. Ja. Ja, ja, ja. So, jetzt packt ein Eimer. Auswählen. Ja, habe ich. Das ist der Commit. Warte, ich komm mit. Ich bin besoffen, ja, ist das okay. Okay, ja, nichts Neues. Okay, die Frau läuft zum Wasser. Genau. Dann, äh, 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 linksklick. Aufsammeln. Ja. Und dann zurückgehen und dann, äh, das, äh, wieder linksklick. Dann wirfst du das Wasser raus. Okay, das heißt hier zum Beispiel, ich lösche jetzt diesen... Busch. Okay. Ja, Schatz, ich hab die Toilette befreit. Wir können wieder... Wir können wieder auf Toilette. Oh, können wir das alles reparieren? Das wär ja geil. Ich will hier bleiben. Ich will hier nicht weg. Ich will hier auch bleiben. Ja. So, wir müssen erst mal hier alles löschen. Okay. Ich muss halt mal gucken, was man hier alles benutzen kann. Okay, ich glaub, wir können nicht alles löschen. Oh, ich hab die, ich hab die Mikrowelle aufgehoben. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Ich kann mal Mikrowellen essen essen. Mein Gott, ey, das hat aber gedauert, du. Das geht's bei uns zu Hause ja nie. Ja, ja, ja. Also, wirklich nicht. Wir haben, äh, zum Einzug, äh, damals, ähm, von, äh, Tivans, äh, Oma, ne Mikrowelle bekommen. Und die ist, glaub ich, effektiv zweimal genutzt worden bis jetzt. Es könnten auch dreimal gewesen sein. Ja, könnten auch dreimal gewesen sein. Ah, Mikrowellen essen ist nicht gut. Also meistens, wenn ich koche, dann berechne ich schon so, dass das, äh, das wegkommt. Und, äh, wenn es doch mal mehr ist, ist nicht schlimm, Tivans, ist es trotzdem. Cool. Ja. Lass mal das, äh, das Feuer außenrum, äh, lass das mal, nein. Wir löschen mal das Ganze. Ja, da hinten, Schatzi, Schatzi, warte, da wir gerade, komm mal mit. Da wir gerade hier sowieso hier sind, äh, Hammer auswählen. Hier wird dir erklärt, wie du anbauen kannst. Ja, okay. Ah, man kann anbauen, okay, geil. Ja, 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 ja. Wie du anbauen bist. Da ist noch einmal ein Eimer. Da ist schon sogar ein Gewächs. Da, gucke. Oh, nice. Da die Erde, dann die Samen drauf, denn, ne, so. Soll, Samen, Eimer, Wasser holen, Wasser gießen, spülen. Genau, dann gibt's hier Dünger, es gibt hier alles. Okay, nice. Aber ich würde sagen, wir pflanzen nicht hier an, sondern, äh, wir machen es gleich, ähm. Hier steht noch ein Eimer, brauchst du den? Hä? Hä? Hier steht noch ein Eimer, wo ich bin. Da können wir ja zweimal wasen. Oh, du kannst das Ding abbauen. Echt? Ja. Guck mal, du kannst das Ding abbauen, wie geil. Da ist die Kamera, hallo. Nee, aber nicht alles. Doch. Ach, nein. Nein, die Lampe. Ist ja krass. Ja, geil, oder? Das sind ja kleine viereckige Plöcke. Ja, ja, und damit kannst du ja alles bauen. Du musst ja auch Autos bauen und so weiter und so fort. Das ist auch richtig geil. Cool. So, kann man das ja aufheben? Oh, ich hab, ich hab grad. Geil. Ach, da musst du ja aufpassen, nicht, dass es dir auf den Wand fällt. Hast dir wehgetan. Oh, jetzt baue ich die Schubkauer ab. Ah, das muss man dann gießen. Okay, die eine Pflanze hier, die gießen wir. Äh, und da kommen auch übrigens auch Angreifer. Also so war es dem Kreuz. Ach, du Scheiße. Wie, 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 wie ist denn das hier alles aufgebaut? Das ist ja Wahnsinn. Also du kannst halt wirklich irgendwie alles verschieben. Was? Ja, das ist echt extrem der Hammer. Kann man sich denn aus den ganzen Sachen irgendwie einfach was zusammenbauen, was zusammencraften und das funktioniert dann? Ja. Wie gesagt, du kannst dir ein Auto bauen. Ich glaub, du kannst sogar später fliegen oder so. Weiß nicht. Du hast ja auch zum Beispiel dieses Ding hier. Das ist nur eine Hebelbühne. Und auf die kannst du zum Beispiel auch drauf bauen. Äh. Okay. Ich weiß noch nicht mehr. Also es gab hier auf jeden Fall so ein, so ein Werkzeug-Ding hier. Wir haben noch nicht. Was ist das? Das ist die, das ist so eine Hebelbühne. Das ist eine Hebelbühne, Hebelbühne. Eine Hebelbühne. Guck, du kannst dann auch oben fahren oder nach unten. Eine Hebelbühne meinte ich natürlich. Oh, nice, 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 okay. Und die muss dann halt auch, ups. Die kostet Ressourcen. Die sollst du dann halt immer dann so mitnehmen. Können wir das Schild auch zerlegen? Ich kann mir ja wieder aufbauen, ne? Schade. Also abbauen, meine ich. Ja. So, und äh, Holz kannst du natürlich auch fällen. Das ist auch voll lustig. Das, das Schüchte würde ich aber gerne noch mal stehen lassen. Ach so, ist so, zu groß. Kannst du eh nicht abbauen. Okay. Ähm, trinkenmäßig, was ist das? I, linke Maustaste. Also ich glaub, trinken können wir nur Milch und dafür müssen wir Kühe, glaub ich, melken. Okay, äh, ja, das gibt Essen und Nahrung, äh, Essen und Nahrung, äh, Essen und Trinken. Okay, geil. Ach, ist das schön. Die Milch oder was? Ja, ja. Ah, krass. Aua. Nein, habe ich dir wehgetan? Nein. Du sagst du, Aua? Ha? Ha? Warte mal. Du musst da so lange draufhauen, bis dann so einzelne Dinge üblich bleiben und die musst du dann, ups, weghauen. Nein. Okay. Ach guck mal, du kannst die auch so hinstellen. Geil. Ist ja klar. Du musst die gar nicht befeinen. Ja, es sind so viele Un... Ah, halt, stopp. Halt, stopp. 50 Holz habe ich jetzt Holzblöcke. Und ach, aus diesen einzelnen, viereckigen Blöcken kann man dann sich irgendwas zusammenbauen. Genau. Oh, ich habe 60 Holz. Oh. Nice. Das ist halt echt so vielfältig. Okay. Ja, wie findet ihr das Spiel? Schreibt es bitte in die Kommentare. Also, uns beiden, so. Oh, das ist, das ist noch, äh, so. Ist noch sehr neu für uns. Ja. Es ist unser erstes Mal, also unser erstes Let's Play. Gemeinsam getrennt. Wisst ihr, was ich meine? So, also gemeinsam, aber getrennt im Channel. Auf zu rollen. Oh. Ich glaube, die Kamera kann ich noch ein bisschen höher machen. Ja. Okay. Ähm. Wo haben wir denn eine Crafting Bench, dass wir uns noch was anderes herstellen können? Anderes Werkzeug oder so? Ich weiß es ja. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, im Auto... Im Auto... Im... Im... Ja. Im... 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 Im Raumschiff. Genau, im Raumschiff. Lass mal, lass mal einmal so einen Balken komplett mitnehmen. Nimm du mal hier rechtsklick. Lass mal so... Hier liegen, hier stehen doch schon zwei, die können wir mitnehmen. Achso. Okay. Ich hab jetzt zwei hinstellen. Dann, dann, dann... Okay, ich nehm jetzt... Kann ich noch mehr? Nee, ich kann sie nur noch hinstellen. Ich nimm mal eins mit, ich nehm das andere dann mit, okay? Ja, ja, ich hab... Äh, wo soll ich das hinpacken? Stell's einfach mal vor, das Dings hin, weil sie es brauchen. Ich weiß es ja nicht. Oh, du kannst ja nicht mal rennen, wenn du das trägst, ne? Ist auch schon krass. Ey, krass. Hihihihi. Ja, vor allem machen wir erstmal ein Angespielt, würde ich sagen. Und wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt, sagt uns Bescheid. Ansonsten, äh, würden wir es dann privat spielen. Ohne euch. Äh. Okay, gut, Entschuldigung. Ich bin... Ich bin 15. Ja, also ich mach ein LP draus. Oder, Leute? Also, wenn ihr das Spiel gucken wollt und die Sally macht's nicht, guckt's bei mir. Ja, ich hab ja eigentlich andere Sachen noch geplant. Deswegen. Ja, das interessiert uns ja nicht. Du bist kein Leiter hier. Okay. Ah, herrlich. Oh, da könnten wir sogar eigentlich so einen Zaun bauen, weil ich glaub, dass hier... Ja, da ist das ein Stein. Was bist du? Okay. Wir sollten trotzdem erstmal anfangen, alles zu löschen, bevor alles wegbrennt, oder? Äh, ich weiß gar nicht, kann das wegbrennen. Aber ja, wir werden jetzt, äh, löschen. Wir werden dann löschen. Ich baue nämlich das, äh, pass auf, uuuh, 200 die Kuh. Kuh. Ich baue nämlich dann jetzt eine Hebelbühne, hole Wasser, gehe nach oben aufs Dach. Ach! Ich bin die wieder mit ihrer Hebelbühne, statt Hebelbühne. Ja, äh, ich stehe auf Hebel. Ah, ja, 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 toll. Entschuldigung. Ach, herrlich. Äh, aber echt schon. Hast du drin eigentlich alles gelöscht? Äh, ne, anscheinend nicht. Da war irgendwas. Nee, hier drin ist alles gelöscht. Echt? Okay, cool. Das funktioniert nicht so, wie ich das will. Ja, ich weiß nicht, ob man hier draußen alles löschen kann. Na, ich wollte oben auf dem Dach löschen. Ach so, ja. So ging nicht. Oder ich hab's falsch gemacht. Vielleicht müssen wir einfach hinter aufs Raumschiff kommen. Weißt du, wie, dass wir erstmal nach hinten laufen müssen? Ah. Das sieht zwar geil aus. Ein kleiner, dicker Mann, der da läuft. Aha, sagt die kleine, dicke Frau, die da läuft. Ich hab doch nicht dich beleidigt. Ja, 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 ja. Oh, was ist das? Was ist das? Kann ich das nicht löschen? Doch, jetzt. Cool. Okay. Wir sind im Löschmodus. Im Löschmodus? Im Löschmodus. Okay. Ah, siehst du, so bin ich jetzt auch hier raufgekommen. Okay. Ach, bist du raufgekommen, ja? Ja, aber irgendwie kann ich's trotzdem nicht löschen. Oder ich stell mich zu dumm an. Ja, wird wohl eher zweites sein. Ja, glaub ich auch. Ich befürchte auch. Oh, meinst du, man kann das Schiff komplett zerlegen? Äh, keine Ahnung, aber wenn ich die Batterie da einnehme, warum sollte man das Schiff zerlegen, wenn wir da drinnen aufbauen? Ich weiß nicht, ob wir das Raumschiff vielleicht wieder komplett aufbauen müssen, damit wir ja wieder wegkommen. Ah. Ich hab keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, ehrlich. Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, links oben ist quasi die Zeit, die Tage. Wie geil! Du kannst, okay, du kannst, äh, du kannst die verkohlten, äh, Bäume kannst du zerlegen und kriegst irgendwie so eine komische Kohle raus. Ah, okay. Block nicht gefunden, okay. Pickt ab, Block nicht gefunden. Also, wenn du schon immer mal Block nicht gefunden haben wolltest. Oh ja. Ach, schön. Also, ich finde das voll interessant. Ja. Wenn sie die Blöcke nicht findet, das ist so interessant. Herrlich. Ich schreibe euch unten in die Beschreibung noch alles Mögliche rein. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, bin ich ehrlich zu euch, weiß ich nicht viel über das Spiel, also eigentlich gar nichts. Ähm, es war halt wirklich so eine spontane, äh, äh, uiuiui. Ah, 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 das ist, das ist, ah, 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 ah. Ich glaube, sie stirbt gerade wieder. Ach, erzähle nicht. Vor allem wieder. Ich hab nur, ich hab, hallo, ich hab nur für die ganzen Leute rausgefunden, ob's Fallschaden gibt oder nicht. Achso, achso. Das ist, das ist so, wenn man ein Spiel anspielt, ja, da muss man sowas austesten. Gibt es Fallschaden und so, ja. Also, die Selina Survival spielt's an. Äh, bei Timon LP gibt's das als Let's Play. Ne, ich weiß noch nicht, vielleicht gibt's auch als festes Let's Play. Je nachdem, ob die Leute es mögen oder nicht. Wenn die sagen, äh... Ah, Hilfe, Hilfe! Ah, der Timon stirbt schon wieder, ne? Nein. Ist jetzt ständig. Was, was ist denn das für eine Krake? Ist ja eine Mechanik. Hat es jetzt auch, also einen mit Schraubenschlüssel? Der hat wehgetan. Aber... Ah, hier, wo habe ich denn noch? Okay. Ah, das ist aber auch schön, dass sich, äh, das Leben, äh, mit der Zeit regeneriert. Ja, klar, das wäre ich ja auch normalen Leben so. Ich stelle mich einfach an, Jörg, wo ich wahr sein muss. Ich weiß nicht warum, es macht mir so viel Spaß, dieses, äh, Block nicht gefunden. Zu farmen. Manche Feuer brauchen übrigens, äh, mehr Eimer zum löschen, ne? So. Vielleicht brauchen, braucht ihr da oben, äh, das meiste. Na, das könnte schon möglich sein. Denn das wird doch einfach... Ich weiß nicht, wie du bist mal da rausgekommen. Warte, ich will das mal was auf. Laufen und springen. Ja, komm mit. Wir machen es gemeinsam. Let's do it together, because we are stronger. So, okay. Eigentlich, äh, hast du zwei Eimer vielleicht? Ja, hab ich. Dann hättest du doch beide füllen können. Ja, hab ich. Ah, okay. So. Äh? Nein. Du musstest hier auf die Schraube. Schraube? Da. Dann springst du da ganz normal hoch. Ja, ja. Okay. Hier ist das ganze Feuer. Vielleicht muss man von, von, von diesem Winkel auslöschen. Ja, okay. Also runterspringen kannst du. Gibt keinen Fallschaden. Ja. Hab ich schon rausgefunden. Ja. Na ja. So. Jetzt, let's do it again. Hoffentlich Krimus gelöscht, wäre ja schön. Weil das verrät ja unsere Position, ne? Übrigens, ja. Ja. Also ich, ich, ich verrate jetzt mal meinen, meinen ganzen Zuschauern so. Ich, ich weiß ja, äh, zum Beispiel von Karolinchen, dass, äh, es sie begeistert, wie ich Auto fahre. Ja. Und hier in diesem Spiel muss man sich das Auto auch noch selber bauen. Man fährt es nicht nur. Nein, man muss es sich auch noch selber bauen. Wieso schubt die auch? Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich hoffe, dass wir das hier löscht kriegen. Ich glaube nicht. Doch, doch. Aber dann wissen wir wenigstens immer, wo, wo unser, äh, Schiff ist. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das müssen ja die Feinde dann auch, ne? Wich Feinde? Das wissen die oder so oder so. Aha, was ist das? Mit. Schade, dass man irgendwie keine Anzeige hat, wie viel Wasser da noch gebraucht wird zum Löschen. Das wäre nämlich nicht schlecht. Okay, das geht kaputt. Alles nicht kaputt. Kann ich das hier auch gleich aufheben? Ne, kann ich nicht. Ja, nein, kann ich nicht. Was denn? Wieso lachst du mich schon wieder aus? So, mal sehen, ob die zwei hier jetzt reichen oder? So. Weil es steht ja auf jeden Fall da, true, ne? Ich denke mal, das soll löschen heißen oder so. Ne, throw heißt, äh, werfen. Oder werfen, ja. Also es wird dir auf jeden Fall angezeigt, wenn ich da hingucke ans Feuer. Also man muss es, also man kann es ja löschen. Hä? Du kannst den, also, du, wenn du das mit dem einmal, äh, das... Ach nee, ja, steht überall da. Ich bin blöd. Ich war nicht diejenige, die es gesagt hat. Ja, und du hast es gedacht. Ich spreche mir unter das aus, was du denkst. Okay, was denke ich jetzt? Du Arsch! Hä, wieso steht da benutzen, aber ich kann es nicht benutzen? Ne, ich krieg... Äh, kriegen wir das aus oder kriegen wir das nicht aus? Das ist jetzt... Ich mach jetzt noch zweimal und dann ein Arschlecken. So. Zack, 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 zack. Okay, also ich glaube, wir müssen... Wir haben sowieso hier sehr, sehr viel zum Reparieren. Ja. So. Also würde ich mal sagen, äh... Bauen wir uns... Wollen wir uns... Ja, ja, komm, wir haben noch die Zeit. Wir haben noch die Zeit. Oh, Schatz, wir haben Klopapier! Wir sind sicher. Wir sind sicher. Wir haben Klopapier. Es geht uns gut. Warte, ich stelle das Klopapier auch ins kaputte Bad. Ne, ich krieg's nicht aus. Natürlich jetzt nicht so nett. So, warte. Kann man hier irgendwie... Ja. Oh, ich bin... Ich bin durstig, warte. So kann ich das nicht hierhin befestigen, so. Ja gut, dann stelle ich's auf den Badewannenrand. Was war das? Weiß ich nicht. Wären wir schon wieder angegriffen? Eigentlich nicht. So, was ist das Verbindungswerkzeug? Okay, was haben wir hier? Knopf. Knopf. Schalter. Ah, cool. Was kann ich hier machen? Was ist das? Ähm, so ein Sitz. Block nicht gefunden. Oh. Ah. Ich glaube... Okay. Verbindungswerkzeug. Cool. Warte, 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 ne, nein, warte, 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 warte. Warte, was ist das? Was ist das? Also ich, also ich hab, ich hab... Bist du das? Walco, was denn? Das war's jaun, 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 da hover den Eindruck. Auf dérung viel. Aktivkontakt. Klopapier mit Herzchen sogar, geil. Oh yeah. Musik. Ach, hast du das Radio angemacht? Ja, gerade eben. Okay, ich mach's wieder aus. So. Was ist hier? Ach krass, guck mal, hier kannst du schlafen. Okay. Da legt es sich so richtig hin zum Schlafen, ne? Äh, so, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ja, ich glaube, für die erste Folge soll es das gewesen sein, zum Reinschnuppern. Echt? Nein. Oh. Wollt doch noch bauen. Ja, das können wir doch in der zweiten Folge dann machen. Okay. In der zweiten baut die Sally ein Auto. Okay. Oh Gott, sie fängt jetzt schon an Autos zu bauen. Na ja. Na gut, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und lasst gerne ein Abo da, ein Likes oder so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Scrap Mechanic. Also bis dahin. Ciao, ciao. Survival. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. 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 Vielen Dank.